Verehrte Zuschauer, liebe Elliot Waver, willkommen zu einem Update im Dow Jones Index. Hier auch ganz kurz, die Welle 2 kann jetzt bei 66,6% ihr Ende gefunden haben. Danach würde es wieder fallende Kurse geben, die ich Ihnen jetzt noch zeigen werde im Tagesschart gleich. Aber zunächst mal, die hat noch Platz bis oben und zwar hier ist die Make-out-Break-Linie bei 34.284 Punkten. Der Kurs ist zwar jetzt gerade im Fallen begriffen, allerdings kann es sein, dass das nochmal höher geht hier das Ganze. Ich wechsle jetzt mal kurz in den Tagesschart, dann sehen Sie, dass diese da anschließende Welle 3 hier tief bei ca. 26.173 finden sollte. Wir werden also hier noch ein bisschen zuwarten müssen, ob sich das Ende der Welle 2 bestätigt hat, denn sie hat noch Luft nach oben. Da wäre noch das 70er, das 88er Retracement und so weiter. Aber da warte ich jetzt erstmal auf weitere Signale, damit wir hier wirklich eine Bestätigung finden, dass es weiter abwärts geht. Das war es zum Dow Jones Index. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Mein Name ist Frank Schuh von Elliot Waver Live.